So, moin Leute, willkommen zu meinem Kanal CBMotors und zwar geht es heute darum, warum ich in den letzten Tagen und Wochen keine Videos mehr gemacht habe und zwar das Problem, kurz nachdem ich ein Video gemacht hatte, ist ein paar Tage später mein Order kaputt gewesen der war eine knappe Woche wieder fertig, weil ich Teile bestellen musste dann wollte ich ein Video machen, habe meine SD-Karte im Haus vergessen Ende der Zeit gab es die rauszuholen, weil ich los musste, habe es auch nicht geschafft Video zu machen und jetzt ist mein Roller gestern wieder einfach auf der Fahrt rausgegangen dann ist mein Gaspedal kaputt, also mein Gaszug ist wahrscheinlich gerissen und bis vorhin ging der Roller gar nicht mehr an, also geht es sowieso nicht an aber ich meine halt auf dem Display wird auch nichts an der Zeit, wenn ich es nicht machen und das geht jetzt aber wieder, weil ein Kabel draußen war, aber der muss noch gemacht werden und wenn das wieder fertig ist, wird es auch wieder normale Motorblocks geben, vor allem im Roller dann werde ich mir meine Lächel ausleihen und ja gut ich hoffe, dass es wieder euch gefallen wird, wenn ich mir eine Beweidung für meinen Horde rein bis zum nächsten Mal und dann Tschüss Juni jetzt Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018